Seit 1961 ist Berlin eine geteilte Stadt. Geteilt durch eine Mauer, 4 Meter hoch, 45 Kilometer lang. 45 Kilometer lang, betongewöchene Geschichte. Symbol der Teilung Deutschlands und Europas. An keinem anderen Ort der Welt erscheint der Gegensatz der beiden Machtblöcke so krass. Nirgends prallen Schein und Wirklichkeit der Ideologien so erkennbar aufeinander wie an dieser Betonwand. Während auf der einen Seite die Kinder des Kapitalismus ihren Unmut in Sprüde Sprüche sprühen, schieben auf der anderen Seite die Söhne des Sozialismus Wachdienst am antiimperialistischen Schutzwall, dem eines ihrer Machtschlieder gewidmet ist. Im Sommer 61, am 13. August, da schlossen wir die Grenzen und keiner hat's gewusst. Klappe zu, achte zu, endlich noch das Morgenrotz. Klappe zu, achte zu, endlich noch das Morgenrotz. Für die Menschen, die täglich mit der Mauer konfrontiert werden, ist sie zur ärgerlichen Selbstverständlichkeit geworden. Und für die jungen Soldaten der Nationalen Volksarmee gehört die Streifenfahrt ebenso zur Dienstroutine wie für die G.I.s aus den USA, die Wehrpflichtigen aus Frankreich oder die königlichen Militärpolizisten aus England. Für ihre Väter sah das Brandenburger Tor noch anders aus. Berlin im Sommer 61. Die Welt im Sommer 61. Die beiden Supermächte USA und Sowjetunion haben ihre Einflusszonen in den 16 Nachkriegsjahren weltweit abgesteckt. Die Grenzlinie läuft mitten durch Europa. Im Ostblock hatte es nach Stalins Tod im Jahre 1953 Aufstände gegeben. Doch nun herrscht wenigstens nach außen wieder Ruhe. In Moskau regiert Nikita Khrushchev als Partei- und Staatschef. Er steht auf dem Höhepunkt seiner Macht. In der atomaren Forschung hat sein Land die USA schon eingeholt. Als erste Macht ist die Sowjetunion mit ihrem Satelliten Sputnik in den Weltraum vorgestoßen. Allerdings bleibt der versprochene wirtschaftliche Aufschwung aus. Die Landwirtschaft kann die Versorgung der Bevölkerung nicht sichern. Und im Osten beginnt Maros China, sich dem Einfluss Moskaus zu entziehen. Für den 22. Parteitag im Oktober 1961 braucht der Kreml-Chef auch deshalb dringend einen außenpolitischen Erfolg. Auf der anderen Seite des Atlantik hat während der vergangenen acht Jahre Präsident Dwight D. Eisenhower eine Politik der Stärke gegenüber Moskau propagiert. Seit Januar 1961 ist jedoch der 43-jährige John F. Kennedy Präsident der USA. Für ihn steht fest, dass der massive atomare Gegenschlag, der unter Eisenhower noch Patentrezept der Abschreckungsdoktrin gewesen war, nicht dazu taugt, auch kleinere Konflikte beizulegen. Kennedy setzt auf flexible, also abgestufte Abschreckung. Mit einem Stab von jungen wissenschaftlichen Beratern versucht der Präsident im Weißen Haus auch einen neuen Regierungsstil zu etablieren. Dabei verzichtet er nicht völlig auf erfahrene Politiker, wie etwa Dean Rusk, den er zum Chef des State Department macht. In England hat der unaufhaltsame Zerfall des Empire die Politik in eine eher defensive Position gezwungen. Chef der Londoner Regierung ist seit 1957 Harold Macmillan, der Vorsitzende der konservativen Partei. Zur Zeit Eisenhowers hatte er weltpolitisch noch einigen Spielraum, der jetzt unter dem Führungsanspruch Kennedys deutlich schrumpft. In Frankreich ist der legendäre Kriegsheld General de Gaulle seit 1958 Präsident. Der 70-Jährige will Frankreichs Unabhängigkeit auch militärisch sichern, mit einer eigenen Atomstreitmacht. Und er versucht die Bundesrepublik von ihrer engen Bindung an Amerika zu lösen. Ein ständiger Konfliktpunkt dieser vier Regierungschefs, Vertreter der vier Siegermächte, ist der geschlagene Feind des Zweiten Weltkriegs, Deutschland. Durch die unterschiedliche Zielsetzung in der Deutschlandpolitik der beiden Supermächte haben sich aus den drei westlichen Besatzungszonen und dem von den sowjets okkupierten Teil des Landes zwei selbstständige Staaten entwickelt. Die Bundesrepublik gehört dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO an. Politisch ist sie eingebunden in die europäische Gemeinschaft. Wirtschaftlich rangiert sie unter den führenden Industrienationen. Die DDR ist voll Mitglied der Ostblockbündnisse, militärisch im Warschauer Pakt, wirtschaftlich im Comic-Con. Doch große Teile der Bevölkerung sind mit der Beschneidung ihrer Freiheit durch das kommunistische System nicht einverstanden. Am 17. Juni 1953 entlädt sich der Unmut in einem Volksaufstand, den SED-Chef Walter Ulbricht nur mit Hilfe der sowjetischen Armee niederschlagen kann. Seitdem hat er seine Position als Vorsitzender des Staatsrats gefestigt, kann aber dennoch nicht verhindern, dass Jahr für Jahr Hunderttausende die DDR verlassen und in den Westen flüchten. In der Bundesrepublik ist seit zwölf Jahren der CDU-Vorsitzende Konrad Adenauer als Bundeskanzler für die Richtlinien der Politik verantwortlich. Er regiert im Augenblick mit einer absoluten Mehrheit seiner Partei, muss sich aber im September einer Bundestagswahl stellen. Im Kalten Krieg zwischen den Supermächten auf dem Boden Deutschlands ist Berlin der Dreh- und Angelpunkt. Seit 16 Jahren dient die Stadt als Exerzierplatz für begrenzte Feindseligkeiten. Die alte Reichshauptstadt ist in vier Sektoren unterteilt, beherrscht von den vier Siegermächten als den Inhabern der obersten Gewalt. Auch hier spiegeln sich die Einflusszonen beider Supermächte wieder. Im westlichen Teil mit D-Mark West und Bindung an die Bundesrepublik. Im östlichen Teil mit Ostmark und dem Anspruch DDR-Hauptstadt zu sein. Doch der Verkehr zwischen den beiden Teilen läuft fast reibungslos. 53.000 Ost-Berliner arbeiten im Westen. Sie werden beim Wechsel vom Ostsektor in die Westsektoren nur gelegentlich kontrolliert. Darum wählen auch die meisten Flüchtlinge diesen Weg, um dann von West-Berlin mit dem Flugzeug in die Bundesrepublik zu reisen. In West-Berlin ist Willy Brandt regierender Bürgermeister. Die SPD hat bei den letzten Wahlen zum Abgeordnetenhaus die absolute Mehrheit erhalten. Wegen der prekären Situation der Stadt hat Brandt jedoch auch CDU und FDP an der Regierungsverantwortung beteiligt. Diese verworrene, fast kuriose Lage macht Berlin zum ständigen Konfliktpunkt zwischen beiden Supermächten. Die Berlin-Frage ist deshalb Hauptthema des ersten Gipfeltreffens zwischen Kennedy und Khrushchev im Juni 1961 in der österreichischen Hauptstadt Wien. Ein Schauplatz der historischen Begegnung ist die Botschaft der Sowjetunion hier in der Reisnerstraße 47 im dritten Wiener Bezirk. In dieser Botschaft stehen sich also nun am 3. Juni 1961 Kennedy und Khrushchev leibhaftig gegenüber. Vorgeschlagen hatte diese Konferenz der junge Präsident. Er wollte einfach wissen, wie die Drohungen des Kreml-Führers wirklich einzuschätzen waren. Denn seit drei Jahren fordert Khrushchev immer wieder dazu auf, mit beiden Teilen Deutschlands einen Friedensvertrag zu schließen. Wenn der nicht komme, werde die Sowjetunion nur mit der DDR ein Separatabkommen treffen. Dies aber hätte dann zur Folge, dass die DDR auf den Verbindungsstrecken von und nach Berlin nicht nur die Straßen, Schienen, Wasserwege kontrollieren könnte, sondern auch den Luftverkehr. Kein Flüchtling hätte dann noch eine Chance, von Westberlin nach Westdeutschland zu kommen. Obwohl er den Termin für den Vertragsabschluss mehrfach verschoben hat, beginnt Khrushchev in Wien erneut mit dieser Forderung und bekräftigt seinen Wunsch, dass Westberlin zur freien Stadt erklärt wird. Kennedy ist zunächst entsetzt von dem grimmigen Ton des Russen, doch er gibt ihm zu verstehen, wo die Grenzen der amerikanischen Kompromissbereitschaft liegen. Schon kurz nach Khrushchevs erstem Ultimatum hatten die Amerikaner drei Grundrechte festgelegt, die auch von der NATO bestätigt wurden. Diese sogenannten Three Essentials umfassten die Präsenz der Westmächte in Westberlin, die Freiheit des Zugangs, die Freiheit und Lebensfähigkeit der Bewohner Westberlins. Nun lässt Kennedy dem Kreml-Führer gegenüber keinen Zweifel, dass er auf diesen drei Rechten unbedingt beharren wird. Ansonsten würden sich die USA nicht in Entscheidungen einmischen, die die Sowjetunion in ihrer Interessenssphäre fällen. War das vielleicht ein Fingerzeig für Khrushchev, dass die Amerikaner ein Abriegeln von Ostberlin hinnehmen würden? Dazu der damalige amerikanische Außenminister Dean Rusk. Nun ja, wir erklärten Herrn Khrushchev und später erklärte ich es Herrn Gromyko, dass die Sowjetunion den Ostdeutschen nicht etwas geben konnte, was sie, die Sowjetunion, gar nicht besaß, nämlich die Kontrolle über unsere Rechte in Berlin. Und so hatten Sir Alec Douglas Hume aus Großbritannien und ich noch einige vertiefende Gespräche mit Herrn Gromyko im Anschluss an den Wiener Gipfel. Da machten wir das ganz klar. Präsident de Gaulle wollte damals absolut nicht an solchen Verhandlungen teilnehmen. Er war nicht der Ansicht, dass wir diese Frage überhaupt mit den Russen diskutieren sollten. Aber wir und die Engländer dachten, es wäre besser, wegen dieser Dinge Gespräche als einen Krieg zu führen. Während dieser Phase waren unsere Freunde in Deutschland ein bisschen nervös, wegen des unsicheren Ergebnisses dieser Gespräche. Aber Sir Alec Douglas Hume und ich wussten, dass der Westen seine Verantwortung für die Sicherheit und das Wohlergehen der Westberliner nicht aufgeben würde. Im Beraterstab von Khrushchev nahm an diesem Treffen Valentin Fahlin teil. Er war Deutschlandexperte im sowjetischen Außenministerium. Ich kann als Augenzeuge sagen, dass Khrushchev ein großes Respekt vor Kennedy hatte. Er verstand mehr nach inoffiziellen Gesprächen in Wien, dass dieser jünger, relativ junger Präsident, ein sehr seriöser Politiker ist. Er ist, dass er mit ihm ernst sprechen soll, dass er mit ihm sprechen kann. Aber gewissbrauchte man Zeit auf beiden Seiten, um aus dieser Erkenntnis, dass die Gespräche notwendig sind und möglich sind, eine neue Politik zu beginnen. Dennoch macht Khrushchev auf einer abschließenden Pressekonferenz seine unnachgiebige Haltung noch einmal klar. ... Wege führen über das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Und es gibt ja keinen anderen Ausweg, als mit der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik in dieser Frage zu verstanden. Wenn die Russen versucht hätten, West-Berlin einzunehmen, hätte die NATO Pläne für entsprechende Gegenmaßnahmen gehabt. In einer Art von stufenweiser Reaktion hätten wir in den ersten Tagen das getan, in den nächsten Tagen etwas weiteres. Und das Ende vom Lied hätte durchaus ein allgemeiner Krieg sein können. Das ist wirklich keine Frage. Wir möchten nicht zulassen, dass West-Berlin auch weiter als, wie man damals sagte, billigste Atombombe im Zentrum der DDR ausgenutzt wird und genutzt wird, dass West-Berlin ein Schwert oder wie ein Dolch im Leibe der DDR solche Rolle spielt. Das war die sowjetische Seite mit ihren Freunden bereit, abzuschaffen. Was Kennedy gesagt hat, oder korrekter zum Verstehen gegeben hat, die Amerikaner werden in West-Berlin festbleiben, in West-Berlin fest sitzen und ihre Interessen dort verteidigen. Und das war, ich glaube, der sowjetische Seite zu diesem Moment schon vollkommen klar. 14. Juni in Washington. Zehn Tage nach dem Schlagabtausch mit Khrushchev wird Kennedy im eigenen Lande attackiert. Der Führer der Senatsmehrheit, hier auf dem Kapitol, Mike Mansfield, kritisiert den seiner Meinung nach zu harten Kurs des Präsidenten in Berlin. Der demokratische Senator aus Montana fordert eine Lösung, die verhindern soll, dass Berlin erneut zum Ausgangspunkt der dann wohl letzten Menschheitskatastrophe wird. Mansfield fordert, ganz Berlin zu einer freien Stadt zu machen. Dieser Plan stößt hier in Washington auf wenig Gegenliebe. Doch die leidenschaftliche Debatte ist indiz für einen Meinungsstreit der Senat und Administration in drei Fraktionen spaltet. Die Falken bauen auf das atomare Potenzial der USA. Sie fordern die Verstärkung der Armee. Die Tauben zeigen sich bereit, mit den Sowjets auch über Statusfragen von Berlin zu reden. Sie wollen eine kriegerische Ausweitung der Krise um fast jeden Preis vermeiden. Und zwischen beiden Gruppen stehen die sogenannten Eierköpfe um den Präsidenten. Intellektuelle, die die alliierten Rechte sichern wollen, zugleich jedoch nach neuen Wegen suchen, um mit Moskau auszukommen. Auch und gerade in Berlin. Eine wichtige Rolle im Gewirr dieser Interessengruppen spielte Martin Hillenbrandt, Direktor des Deutschlandbüros im amerikanischen Außenministerium. Einige von diesen Leuten, die aus Harvard und der Ostküste nach Washington mit dem Präsidenten gekommen sind, waren ohne Erfahrung in diesem Zusammenhang. Und die glaubten, Verhandlungen, Mitteilverhandlungen können wir alles lösen. Und natürlich, die waren nicht der Meinung, dass die Eisenhower-Regierung wirklich eine kluge Politik im Zusammenhang mit Berlin durchgeführt haben. Sodass sie dachten, wenn man nur mit den Russen sprechen könnte, würde man auch dieses Problem lösen können. Das war natürlich eine falsche Meinung. Und es gab einigen davon, die alle intelligent, sehr intelligent und klug waren, die auch das schnell gelernt haben nach der Gipfelkonferenz in Wien im Juni 1961. McGeorge Bundy war einer dieser sehr intelligenten jungen Leute. Als Sicherheitsberater Kennedys hatte er entscheidenden Einfluss auf dessen Berlin-Politik. In jeder Krise, die jahrelang andauert, werden viele Fehler gemacht. Aber ich denke, hier ist kein entscheidender Fehler gemacht worden. Ich bin im Gegenteil der Ansicht, dass trotz unterschiedlicher Methoden sowohl die Eisenhower- als auch die Kennedy-Administration erfolgreich an der grundsätzlichen und schützenswerten Position des Westens in West-Berlin festgehalten hat. Für die Berlin-Beauftragte der Eisenhower-Regierung, Elinor Dalles, stellt sich die Situation anders dar. Ich bedauere, sagen zu müssen, dass es in diesem State Department und im Weißen Haus einige Leute gab, die nichts von Berlin verstanden, von seiner Bedeutung, seiner Natur. Ich habe mit einer Menge Leute gesprochen, die einfach nicht einsahen, wie wichtig es war, so ein Schlupfloch für Flüchtlinge zu haben. Oder für Leute, die in Ost-Berlin lebten und in West-Berlin arbeiteten. Dass sie das weitermachen konnten. Da waren einige, die die Situation richtig einschätzten, aber auch andere, die das nicht taten. Und das Schicksal wollte es, dass ausgerechnet die einen besonders starken Einfluss auf Kennedy hatten. 15. Juni in Ost-Berlin. Auf einer internationalen Pressekonferenz äußert Ulbricht seine Vorstellungen von einem neutralen Status West-Berlins. Die Korrespondentin der Frankfurter Rundschau möchte wissen, ob mit der Bildung einer freien Stadt die Staatsgrenze am Brandenburger Tor verlaufen würde. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in West-Berlinien gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt Hauptsächte mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nun war zum ersten Mal das Wort Mauer gefallen. Versprecher oder bewusste Irreführung? Dazu der damals in Ost-Berlin tätige Professor für Staatsrecht Wolfgang Seifert. Diese Pressekonferenz war ja am 15. Juni 1961, also fast zwei Monate vor der eigentlichen Aktion. Und ich glaube, aus den ganzen Umständen, die ich von damals kenne, schließen zu können, dass diese Äußerung von Ulbricht durchaus korrekt, ehrlich gemeint war, dass dahinter also nicht die Absicht steckte, den Westen zu täuschen. Denn zu diesem Zeitpunkt ging Ulbricht ganz offensichtlich noch von seiner Konzeption aus, dass es notwendig sei, den Luftverkehr ziviler Art zwischen dem Westen und West-Berlin über den Flughafen Schönefeld laufen zu lassen und auf diese Weise die Kontrolle des zivilen Verkehrs von und nach West-Berlin völlig durch die DDR sicherzustellen. Trotzdem war auch eine Abregelung West-Berlins langfristig vorbereitet worden, wie Fritz Schenk berichtet. Ich war als Sekretär des Chefs der staatlichen Plankommissionen der DDR zwischen 1952 und 1957 speziell mit den technischen Vorbereitungen für den Mauernbau befasst. Dazu gehörte die Trennung des Berliner Telefonnetzes, dazu gehörten Umbauten im innerstädtischen System von S-Bahn und U-Bahn, dazu gehörte die Schaffung eines Außenrings der Reichsbahn sowie Straßenbauten in die Zone hinein, dazu gehörte ein neues Verkehrskonzept für die Randgebiete, dazu gehörte eine Reihe von Umsiedlungen von Bürgern aus den Westsektoren in den Ostsektor, vor allem aber der Bau eines Zauns um ganz Berlin herum, damit Bürger der DDR schwerer nach Ost-Berlin hineinkamen und die Schaffung einer neuen Bevorratung für Betriebe der DDR mit Westwaren für den Fall, dass der Ost-West-Handel unterbrochen werden würde. Alles zusammengenommen waren dies Maßnahmen, die ein Jahrzehnt dauerten und die auch ein totalitärer System braucht, um eine solche Maßnahme durchführen zu können. 3. Juli in New York. Das Nachrichtenmagazin Newsweek enthüllt die streng geheimen Militärpläne der Vereinigten Stabschefs der USA zur Verteidigung von West-Berlin. Da ist die Rede von Steigerung der Einberufungen, von Requirierung kommerzieller Flugzeuge und schließlich einer neuen Serie von Atomwaffenversuchen. Hier in Moskau ist die Reaktion verheerend. Für die Kreml-Führung sind die Militärpläne des Stabschefs Wasser auf die Mühlen ihrer Thesen von der Aggressivität der NATO-Generäle. Khrushchev macht in einer Fernsehrede deutlich, dass die Sowjetunion auf Pläne dieser Art wohl vorbereitet sei. Notfalls werde es sich auch vor dem Befehl zum Einsatz von Atomwaffen nicht scheuen. Dabei kann der sowjetische Parteichef eigentlich auf die konventionelle Kampfkraft seiner Streitkräfte vollbauen Alleine in der DDR stehen 20 kampfbereite Divisionen der Sowjetarmee. Und im Falle eines Krieges kann der Kreml binnen dreier Tage 50 weitere Divisionen an die Fronten werfen. Dem stehen in der Bundesrepublik nur etwa 22 NATO-Divisionen gegenüber. Doch auch der Kreml hat damit zu rechnen, dass eine anfangs nur konventionell geführte Auseinandersetzung etwa um Berlin schon bald die atomare Schwelle überschreiten würde. Am Ende stünde dann der unvermeidliche Vernichtungskrieg der Supermächte. 6. Juli. Ulbricht legt vor der Volkskammer einen Friedensplan vor. Mir scheint, dass es in einem solchen Friedensvertrag mit den beiden deutschen Staaten das ganze deutsche Volk interessiert sein müsste, abgesehen vielleicht von einer kleinen Schar unverbesserlicher und unbelehrbarer Revanche-Krieger und Spezialisten für verlorene Kriege, die in Westdeutschland entgegen den geflogenen Heifen anderer Länder als Rat, die besonders hoch geschätzt werden. An diesem Tag verlassen 869 Flüchtlinge die DDR. Im Notaufnahmelager Marienfelde wird die Raumnot immer größer. Die Westberliner Behörden haben Mühe, mit der Menschenflut fertig zu werden. 8. Juli. Ab sofort müssen sich alle Ostberliner, die in Westberlin arbeiten, registrieren lassen. Die sogenannten Grenzgänger sind starken Repressalien durch die Parteiorgane ausgesetzt. Diese Leute werden von vielen beneidet, weil sie ihr Geld in D-Mark West bekommen, die bis zu 5 Ostmark wert ist, und gleichzeitig von den billigen Wohnungsmieten und Wirtschaftstarifen in Ostberlin profitieren. Die DDR-Regierung nutzt diese Stimmung, um in der Bevölkerung Verständnis für eventuelle Sperrmaßnahmen zu wecken. 19. Juli in Washington. An diesem Tag wird hier im Weißen Haus die Strategie der USA in der Berlin-Krise endgültig beschlossen. Der Präsident ist vom Ergebnis einer neuen Umfrage des Gallup-Instituts beeindruckt. Danach sind 9 von 10 US-Bürgern bereit, im Notfall für die Präsenz der Westmächte in Westberlin auch einen Krieg in Kauf zu nehmen. Was nun an diesem 19. Juli um 3 Uhr nachmittags hier im Weißen Haus beschlossen wird, ist ein historischer Kompromiss, der den wochenlangen Grabenkrieg zwischen den Falken und den Tauben in Washington beendet. Die Kampftruppen in Deutschland werden zwar verstärkt, Doch der nationale Notstand, den die Chefs der Teilstreitkräfte fordern, wird nicht ausgerufen. Kennedy erklärt, er werde für die Freiheit Westberlins im Notfall einen Krieg riskieren, nicht jedoch für Statusfragen Ostberlins. Er könne und er dürfe die Sowjetunion in ihrem Machtbereich nicht reizen. Nun, diese Strategie wurde vom Präsidenten akzeptiert und in seiner großen Rede im Juli auch angekündigt. Es ging in der Tat darum, unsere konventionellen Kräfte zu verstärken und unsere vitalen Interessen deutlich zu umreißen. Die Lebensfähigkeit von Westberlin, die Präsenz der Amerikaner und der Alliierten dort und der freie Zugang. Am selben Tag in Westberlin, der Minister für gesamtdeutsche Fragen Ernst Lemmer nimmt Stellung zur immer bedrohlicher werdenden Flüchtlingsfrage. Ich kann nur feststellen, dass dieser verstärkte Nervenkrieg des Ostens gegen Westberlin und uns dazu beigetragen hat, die Flüchtlingsbewegung ansteigen zu lassen. Wir haben bis Mitte Juli 15.000 Flüchtlinge registriert. Dazu Egon Bahr, damals Pressesprecher des Berliner Senats. Wir haben doch überlegt, sie wird nicht die DDR leerlaufen lassen. Und wir haben uns überlegt, was kann sie tun? Und wir haben in der Tat gedacht, sie würden zwei Arten von zusätzlichen Sperren oder Kontrollen nicht Sperren machen. Einmal zwischen Westberlin und Ostberlin und zum anderen zwischen der DDR und Ostberlin, um den Strom abzudrosseln. Die Beurteilung der Lage in Bonn schildert der damalige Parteivorsitzende der FDP, Erich Mende. Wir wussten ja, dass diese Flüchtlingsziffer von Woche zu Woche anstieg. Und Ernst Lemmer, der damalige gesamtdeutsche Minister, nannte das Ganze eine Abstimmung mit den Füßen. Und es war uns klar, dass sich das die DDR auf die Dauer nicht leisten konnte. Dass alles ihr weglief, vor allem Facharbeiter, mittlere Jahrgänge, nicht die Alten. Es waren ja die mittleren und jüngeren Jahrgänge, die weggingen, ganze Familien. An diesem Tag verlassen 1809 Flüchtlinge die DDR. 24. Juli. Der US-Gesandte in Berlin, Alan Leitner, kabelt nach Washington, dass die Zahl der DDR-Flüchtlinge bis zum Jahresende insgesamt auf 4 Millionen ansteigen könnte. Wir wussten, dass den Leuten in Washington die Situation an sich klar war. Und wir wiesen darauf hin, dass irgendwas passieren würde. Und wir wollten herausfinden, was Washington für den Fall plante, was Washingtons Politik war. Wir saßen hier rum und warteten, dass irgendwas passierte. Und niemand schien eine Ahnung zu haben, was wir dagegen tun würden. In der DDR wird das Problem der Flüchtlinge natürlich anders dargestellt. Der Präsident der Volkspolizei, Werner Gröning, erinnert sich. Damals war unsere Grenze zu Berlin-West offen, auf über 45 Kilometer. Täglich passierten 400.000 bis 500.000 Bürger über 81 offene Straßen, über 13 offene Verkehrsverbindungen der Stadtbahn und Untergrundbahn, diese Grenze. Es gab sehr wenige Kontrollen, aber Schieber und Spekulanten trieben ihr Unwesen. Die Deutsche Demokratische Republik wurde ausgeplündert, wir wurden ausgeraubt. Und die Springer-Presse fand dafür einen bezeichnenden Begriff. Man kann über Berlin-West, die DDR, ausbluten. 25. Juli in Washington. Um 10 Uhr abends hält Präsident Kennedy seine mit Spannung erwartete Berlin-Rede. Fernsehen und Radio übertragen sie direkt aus dem Weißen Haus. Und auch das weltweite Rundfunknetz der amerikanischen Streitkräfte ist angeschlossen. In dem Sinn ist Berlin so sicher wie der Rest von uns. Wir können seine Sicherheit nicht von unserer eigenen trennen. Wir möchten eigentlich nicht kämpfen, aber wir haben früher schon gekämpft. Und andere haben damals denselben gefährlichen Fehler gemacht anzunehmen, dass der Westen zu eigensüchtig, zu weich, zu zerstritten sei, um sich Angriffen auf die Freiheit in anderen Ländern zu widersetzen. Leute, die damit drohen, dass die Diskussion um West-Berlin zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen könnte, sollten sich an die Worte des alten Philosophen erinnern. Ein Mann, der Angst verbreitet, kann selbst nicht frei sein von Angst. Wie gut die Sowjetregierung dieses Signal verstanden hat, zeigt sich in der Reaktion Khrushchevs. In einer Fernsehrede kündigte er an, dass es Krieg geben werde, falls die Amerikaner sich den Weg nach Berlin mit Gewalt erkämpften. Und wenn dabei Atomwaffen eingesetzt würden, wären alle europäischen Verbündeten der USA innerhalb kurzer Zeit vernichtet. Dazu der damalige Verteidigungsminister der Bundesrepublik, Franz Josef Strauß. Auf der militärischen Ebene gab es eine sogenannte Contingency Planning, eine Ernstfallplanung, wenn bestimmte Ereignisse eintreten würden, die dann doch nicht eingetreten sind. Ich befand mich damals unter einem unerhörten psychischen, moralischen und politischen Druck. Meine Nerven waren bis aufs Äußerste angespannt, denn die Verantwortung, die möglicherweise auf uns zugekommen wäre, hatte eine Größenordnung, die auch einen mit starken Nerven ausgerüsteten Politiker in Schwierigkeiten bringen können. An diesem Tag verlassen 1521 Flüchtlinge die DDR. 30. Juli in Washington. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Senatsausschusses, Senator William Fulbright, sagt in einem Fernsehinterview, Ich verstehe nicht, weshalb die DDR-Behörden ihre Grenzen nicht schließen, denn ich meine, sie haben alles Recht, sie zu schließen. Der Präsident hat sich vorsichtig von diesem Statement distanziert. Einige Leute behaupten, ich hätte mit Fulbright gemeinsame Sache gemacht, weil es in einem Memorandum von mir und dem Präsidenten hieß, das wären hilfreiche Bemerkungen gewesen. Aber das war ironisch gemeint, das waren keine hilfreichen Bemerkungen. Trauriger Rekord in Marienfelde. Im Monat Juli haben sich 30.415 Flüchtlinge bei den Westberliner Behörden gemeldet. 3. August in Moskau. Die Flüchtlingsflut nach Westberlin zwingt Moskau nun zum Handeln. Hinter diesen Mauern im Ministerrat des Kreml. Die Flüchtlingsflut nach Westberlin zwingt Moskau nun zum Handeln. Hinter diesen Mauern im Ministerrat des Kreml treffen sich die Chefs der kommunistischen Parteien der Sowjetunion, der DDR, Rumäniens und Bulgariens von Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei. In einer strikt geheim gehaltenen Konferenz soll endgültig beschlossen werden, wie der Ostblock reagiert. Ulbricht ist auf dieser Konferenz zugleich der Angeklagte und der Ankläger. Angeklagt, weil er es nicht fertig brachte, die Menschen in der DDR mit ihrem Staate auszusöhnen. Ankläger, weil er mit Recht mehr Solidarität der Ostblockführer für die DDR verlangen kann. Schon im März hatte Ulbricht hinter diesen Mauern gefordert, die Westberliner Grenzen dicht machen zu dürfen. Damals lehnten die Genossen ab. Heute nun macht Ulbricht klar, dass Ostberlin seine Verpflichtungen im Wirtschaftsbündnis Komikon nur dann erfüllen kann, wenn die anhaltende Flucht von Arbeitskräften aus der DDR gestoppt wird. Seit Kriegsende, so rechnet Ulbricht vor, haben dreieinhalb Millionen Menschen das Gebiet der DDR verlassen. Die Produktion des Landes stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Westberlin, das Spionagenest der Menschenhändler und Kopfjäger, müsse deshalb abgeriegelt werden, fordert Ulbricht. Drei Tage dauern die historischen Debatten hier im Kreml. Am Ende steht dann doch ein einstimmiges Votum. Westberlin wird abgeriegelt. Ein Teilnehmer an dieser Konferenz ist Jan Senja, der stellvertretende Verteidigungsminister der Tschechoslowakei. Da waren einige Dinge. Zunächst mal, als Ulbricht Ende der 50er Jahre anfing, auf eine Lösung zu dringen, war das kurz nach der ungarischen Revolution. Das war nicht gut für Khrushchev und seine Koexistenzpolitik. Dann kamen die amerikanischen Wahlen. Die Frage war zu keiner Zeit, tun wir es oder tun wir es nicht, sondern die Frage war, wann tun wir es. Die Sowjets hatten niemals Bedenken, etwas zu unternehmen. Da stimmten sie mit Ulbricht überein. Als Khrushchev am 4. August die Situation analysierte, sagte er, vor allen Dingen gibt es in den Vereinigten Staaten jetzt eine neue Administration. Wir brauchen uns keine Sorge mehr zu machen wegen dieser Wahl, auch nicht wegen einer Unterstützung von Rechten scharf machen. Dasselbe dachte er in Bezug auf Deutschland. Er war sehr beunruhigt wegen Strauss und diesen Leuten. Zweitens war da dieses Treffen mit Kennedy in Wien. Das war sehr wichtig. Wenn die Amerikaner das Treffen irgendwie, sagen wir, auf September verschoben hätten, wäre die Mauer erst im Oktober oder November gebaut worden. Khrushchev wartete auf dieses Treffen. Es war ungeheuer wichtig für ihn. Und schließlich brachte er auch noch weitere Gründe vor. Wirtschaft und Spionage. Aber ich glaube nicht, dass die Wirtschafts- oder Spionageprobleme wirklich die Rolle spielten, wie vorher in der Propaganda. Das waren nicht die entscheidenden Dinge. Ich würde so sagen, diese Konferenz war wichtig, um unseren deutschen Freunden klarzumachen, und wir werden alle auf ihrer Seite sein, wenn sie mit ihren Maßnahmen, die sie selbst für einzig möglich und für einzig richtig in der damaligen historischen Umständen betrachten. Und diese Konferenz hat das getan. Ulbricht hatte sich von drei denkbaren Varianten für folgende entschieden, die er auch in Moskau am 4. August vordrug. Er wollte die Lösung der Kontrolle des Luftverkehrs durch die DDR erzwingen, indem er die Sowjetunion dazu zu veranlassen suchte, dass sie erklärte, die Verbindung der westlichen Alliierten zu militärischen Zwecken, zur Versorgung ihrer Truppen in West-Berlin und so weiter, das könnte selbstverständlich wie bisher in eigener Regie auch durch die Westmächte erfolgen. Aber der gesamte zivile Luftverkehr habe über den Flughafen Schönefeld zu erfolgen. Wenn das von Ulbricht durchgesetzt worden wäre, hätte er auf den Bau der Mauer verzichten können, denn er hätte den gleichen Effekt eleganter und genauso sicher über den Flughafen Schönefeld erreicht, weil ja alle Zivilpersonen, die von West-Berlin weg nach dem Westen wollten, per Luft und alle in umgekehrter Richtung völlig unter Kontrolle gehabt hätten. Arkady Shevchenko, später UNO-Botschafter der Sowjetunion, war damals im sowjetischen Außenministerium auch mit der Berlin-Frage befasst. Ich würde sagen, dass Ulbricht so insistierte, weil er mit den Problemen in dieser Situation einfach nicht fertig wurde. Und die Sowjetführung ging nicht davon aus, dass nur der Bau einer Mauer eine Situation schaffen könnte, die zu einer wirklichen militärischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten führen würde. Das war die Annahme der Sowjetführung, dass es zwar zu Reibereien kommen würde, aber wenn die Sowjets nicht weitergingen als zum Bau einer Mauer, nicht wirklich zu einer größeren Konfrontation. An diesem Tag verlassen 2327 Flüchtlinge die DDR. 6. August in Paris. Die Außenminister der Westalliierten beraten mit ihrem deutschen Kollegen Heinrich von Brentano über die gespannte Lage in Berlin. Das steht fest. Präsident Kennedy wurde sehr ungeduldig wegen der Zeit, die die vier Regierungen für eine Übereinkunft einen einfachen Text als Antwort auf das russische Deutschland-Ultimatum brauchten. Aber wir machten bei diesem Treffen unsere Haltung klar, dass die Position des Westens und die Sicherheit der Bevölkerung in West-Berlin ein kritischer Punkt sein würden für die Sicherheit in ganz Europa. Das war lebenswichtig für die gemeinsame Verantwortung der NATO. 7. August in Moskau. Anlässlich der 17-fachen Erdumkreisung des Kosmonauten Titov hält Rutschow eine programmatische Fernsehrede, in der er West-Berlin erneut als Sprungbrett für subversive Aktivitäten gegen die DDR-Brandmarkt. Wir wissen sehr wohl, was ihr wollt und worauf ihr ausseit. Wir werden einen Friedensvertrag schließen und euer Schlüpfloch in die Deutsche Demokratische Republik verstopfen. Am selben Tag in Ost-Berlin. Wechsel im Oberkommando der sowjetischen Truppen in Deutschland. Marschall Jakubowski wird abgelöst durch Marschall Ivan Stefanovic Konjew. Er ist ein hoch dekorierter Held des Zweiten Weltkriegs und hat sich bei der Einnahme von Dresden und Prag als Experte im Städtekampf hervorgetan. Marschall Konjew, der bekannte Name für alle aus dem Zweiten Weltkriege, war zu Oberbefehlshaber unserer Truppen ernannt und bekam Befehl, wenn nötig, die Gewalt der Gewalt entgegenzustellen. Konjews amerikanischer Gegenspieler ist General Bruce C. Clark. Konjew war ein sehr ruhiger, eher politischer Typ, der sich nicht gleich an jeder Kleinigkeit hochzog. Ich vermute, dass die Russen Jakubowski nicht trauten. Ich habe mich damals gewundert, warum das so war. Heute bin ich sicher, es zu wissen. Ich bin der Ansicht, die Russen wollten nicht, dass von der Berliner Mauer der Dritte Weltkrieg ausgeht. So weit wollten sie nicht gehen. Auf Konjew konnten sie sich da verlassen, auf Jakubowski wohl nicht. Ich hatte das Gefühl, es gibt ja auch ein litauwabisches Zeugnis darüber, dass die Amerikaner den Russen zu verstehen gegeben haben, wenn ihr diese Grenze nicht überschreitet, braucht ihr mit konkreten Gegenmaßnahmen, sei es militärischer Art, sei es weltweiter, verkehrspolitischer, handelspolitischer Art, nicht zu rechnen. Da war der Geist von Yalta. An diesem Tag verlassen 1888 Flüchtlinge die DDR. 10. August in Ostberlin. Walter Ulbricht besucht das Kabelwerk Oberspray. Bei einer Rede vor 3000 Betriebsangehörigen und den Kameras des DDR-Fernsehens wird er plötzlich von einem Arbeiter unterbrochen, der lautstark freie Wahlen fordert. Dieser Arbeiter ist Kurt Wismach. Da war der Ulbricht vollkommen irritiert. Und die ganzen Funktionäre. Und hat mir erlaubt zu sagen, wenn ich der Einzige bin, der sich das hier traut zu sagen, freie Wahlen. Dann wurde er böse. Fing an zu schreien. Was wollen Sie denn frei wählen? Die Frage stellt die Arbeiterklasse und das Volk. Und da habe ich gesagt, weißt du überhaupt, wie das Volk denkt. Und da raufhin stürzten sich die Funktionäre an die Kabeltrommel, wo ich saß, aber da der Ulbricht denn weitersprach, sind sie dann wieder verschwunden. Am Nachmittag informiert ihn dann ein Kollege, der Mitglied der SED ist, dass er ab sofort vom Stadtsicherheitsdienst überwacht wird. Am nächsten Tag verlangen Vertreter des Zentralkomitees von ihm einen öffentlichen Widerruf und drohen weitere Sanktionen an. Zum ersten Mal kommt ihm der Gedanke zu fliehen. Wenn ich nur wüsste, wie wir hier rauskommen sollen, solange die Typen da ständig vor der Tür stehen. Ja, das ist doch klar, dass sie dich jetzt erst mal nicht mehr aus den Augen lassen. Mensch, wenn ich überlege, dass wir das hier alles aufgeben sollen. Tja, aber du kannst dich ja gar nicht richtig dran freuen, solange du ständig bespitzelt und drangsaliert wirst. Das war wie so ein Billionkriminalroman. Na gut, ich bin also zur Arbeit gefahren am Freitag und am Samstag. Da war ja die Arbeitszeit alles noch anders. Da gab es ja noch die 48-Stunden-Woche. Und der Staatssicherheitsdienst hat mich immer bewacht. Außerdem hatten sie in der Sitzung auch gesagt, ich soll mir nicht einbilden, auf die U- oder S-Bahn zu setzen. Die Kollegen, die Genossen der Staatssicherheit, würden sowieso ein Auge auf mich haben. Am Abend des 10. August sind die drei westlichen Stadtkommandanten bei ihrem sowjetischen Kollegen Zolojev eingeladen, um den neuen Oberbefehlshaber kennenzulernen. Als sie nach dem Grund für die vielen Militärtransporte fragen, die ihnen unterwegs begegneten, schaltet sich Konjew ein. Meine Herren, ich möchte Sie beruhigen. Was immer auch passieren mag, Ihre Rechte in West-Berlin werden davon nicht berührt. An diesem Tag verlassen 2.576 Flüchtlinge die DDR. 11. August in Ost-Berlin. Die Volkskammer tagt. Der stellvertretende Ministerpräsident Willi Stov attackiert erneut die Zustände in West-Berlin. Von den Kreisen, die Berlin gespalten haben, weil sie die demokratische Entwicklung in ganz Berlin fürchteten, wird West-Berlin, das bekanntlich auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik liegt, als der hauptsächlichste Stützpunkt zur Organisation des Menschenhandels benutzt. An diesem Tag erreichen noch mal fast 2.000 Flüchtlinge den Boden West-Berlins. Fast alle landen hier auf diesem S-Bahnhof Marienfelde vor dem Notaufnahmelager. Sie sind die letzten jener 3,5 Millionen, die Ulbrichts Machtbereich seit Kriegsende verlassen haben. Die Flüsterpropaganda in der DDR hat in den letzten Tagen noch einmal dafür gesorgt, dass manche, die noch zögerten, doch noch flüchten. Sie alle ahnen, was die westlichen Geheimdienste erst seit drei Tagen wirklich wissen. Erst seit dem 9.8. nämlich, kündigt Reinhard Gehlen, Chef des BND, dem Kanzleramt in Bonn definitiv die Schließung der Sektorengrenzen an. Doch den genauen Stichtag kennen weder BND noch CIA. Für dieses Wochenende, also für den 12. und den 13. August, sagt der Geheimdienst sogar wörtlich Ruhe in Berlin vor Ort. Der 12. August ist ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Am Wannsee nutzen Tausende die Chance, endlich einmal warten zu können, nachdem die zurückliegenden Wochen völlig verregnet waren. In der Eckkneipe zur Henne am Leuschnerdamm herrscht noch Ruhe. Bei Kempinski präsentieren Modeschöpfer den neuen Poncho-Stil. An den Grenzen zum Ostsektor beginnen Volkspolizisten, alle Passanten zu kontrollieren. Besonders scharfe Kontrollen werden an den S-Bahnhöfen durchgeführt. Am Brandenburger Tor und am sowjetischen Ehrenmal schießen Touristen die obligaten Erinnerungsfotos mit Soldaten der Roten Armee. Im Ostberliner Polizeipräsidium herrscht ungewöhnliche Betriebsamkeit. Hier hat sich ein Einsatzstab für die Aktion X etabliert. An seiner Spitze steht der 49-jährige Erich Honecker. Als Sekretär des Zentralkomitees für nationale Sicherheit zuständig wurde er von Ulbricht mit der Leitung der Maßnahmen zur Grenzsicherung betraut. Am Nachmittag fährt er zum Döllensee, dem Amtssitz Ulbrichts. Der unterzeichnet um 16 Uhr die Befehle für die Sicherungsmaßnahmen an der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zu West-Berlin. Die Gaststätte zur Henne füllt sich langsam mit Gästen. Am Kurfürstendamm spielt Hildegard Knef in dem Boulevardstück, die ist nicht von gestern. Wir sind uns also einig. Wie meinen Sie das? Über meinen Vorschlag. Von mir aus, ich habe sowieso nichts zu tun. Abgemacht. Im Lagezentrum des West-Berliner Polizeipräsidiums übernimmt um 22 Uhr Oberkommissar Hermann Beck das Kommando. Dieser Dienst war ein Sonderdienst und wir hatten eine Einteilung getroffen, dass wir nach normalem Bürodienstschluss um 17.30 Uhr Beamte zur Verfügung hatten. Das war der Polizeikommissar vom Dienst, der die Informationen, die von außen kamen, zu sammeln hatte, auszuwerten hatte, sie weiterzugeben hatte an bestimmte Personen beziehungsweise auch Anordnungen zu treffen hatte. Auf dem Dachgarten des Hilton spielt das Orchester Jimmy Walter südamerikanische Rhythmen. Während auf dem Kudamm das Nachtleben pulsiert, schallen um 22.30 Uhr Alarmsignale durch die Kasernen der Nationalen Volksarmee und der Grenzpolizei. Statt der sonst üblichen Platzpatronen wird scharfe Munition ausgegeben. Der 19-jährige Konrad Schumann ist unteroffizierter Volkspolizei. Im Hof der Kasernen bei Zepernik am Stadtrand von Ost-Berlin erwartet er mit seinen Kameraden den Marschbefehl. Genossen Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere, Sie sind eingesetzt von 1 Uhr bis auf weiteres im Abschnitt der 2. Kompanie mit dem Auftrag, Grenzdurchbrüche in beiden Richtungen nicht zuzulassen, Grenzverletzer aufzuspüren, festzunehmen oder zu vernichten, sowie Provokationen frühzeitig zu erkennen und deren Ausdehnung auf das Gebiet der DDR zu verhindern. Bis zu dem Zeitpunkt war uns das alles vollkommen unbekannt, wie das verlaufen sollte und so weiter. Nicht mal unsere Offiziere, also Führungskräfte, selbst in der Kaserne, wussten darüber Bescheid. Dann ging es von den Lastwagen weg Richtung Brandenburger durch. Da war unsere erste Einsatzstelle und dann haben wir uns überlegt, also auf dem Fahrzeug, was da überhaupt los ist und warum und weshalb, was da passiert. Wie viel Uhr war das? 1.04 Uhr, danke. 13. August, 1.08 Uhr. Oberkommissar Beck registriert einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und richtet sich dann auf eine ruhige Nacht ein, weil erfahrungsgemäß um diese Zeit nur noch wenige Meldungen eingehen. Um 1.10 Uhr wird im Fernschreibraum des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes der DDR eine Sondermeldung abgesetzt. Der Kernsatz lautet Die Regierungen der Warschauer Vertragsstaaten wenden sich an die Regierung der DDR und an alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Vorschlag, an der Westberliner Grenze eine solche Ordnung einzuführen, durch die der Wühltätigkeit gegen die Länder des sozialistischen Lagers zuverlässig der Weg verlegt und rings um das ganze Gebiet Westberlins einschließlich seiner Grenzen mit dem demokratischen Berlin eine verlässliche Bewachung und wirksame Kontrolle gewährleistet wird. Kommissar von Dienst Beck Ja, Moment So, PJ Spandau vom Kronis teilt mit, dass der S-Bahn-Zug aus Starken in Richtung Berlin auf sowjetionales Gebiet zurückgeführt wurde. Die Fahrgäste mussten aussteigen und erhielten ihr Fahrgeld zu rück danke KVD Beck KVD Beck KVD Beck KVD Beck KVD Beck KVD Beck Brandenburger Tor, von Fopo gesperrt. Radsperren, Bernauer, Ecke, Swinne-Münder. KVD Beck. Wir hatten natürlich auch damals schon Planungen, die Berlin betrafen für den Fall, dass eine Unterwanderung von Ostagenten oder Volkspolizei von Berlin-West stattfinden würde und damit möglicherweise der Bestand Westberlins in Frage gestellt sein könnte. Und ich hatte zu prüfen, ob dies der Fall war, weil nach diesen Plänen dann den Alliierten Mitteilung zu machen war, ganz bestimmte Alarmplanungen bestanden und damit auch diese Alarme hätten ausgelöst werden müssen. Da sich alle Absperrmaßnahmen aber auf Ostberliner Gebiet genau an der Sektorengrenze abspielen, löst Hermann Beck noch keinen Alarm aus. Diese Entscheidung möchte er lieber seinem Vorgesetzten überlassen. Unter den Volkspolizisten, die in vorderster Linie Dienst tun, ist auch Konrad Schumann mit seiner Gruppe. Für ihn verläuft die Nacht zunächst ruhig. Für die wenigen DDR-Offiziere, die genauer informiert waren, hatte die Nacht eine ganz andere Bedeutung. Was unter größter Geheimhaltung generalschaftsmäßig vorbereitet war, lief nun quer durch die Stadt nahezu reibungslos ab. Ich war verantwortlicher Offizier an dieser Grenze. Was sein wird, habe ich am 12. abends gegen 21 Uhr erfahren. Ich war einer von den ganz wenigen, die nachdem sie wussten, was sein wird, an die Grenze raus sind und mit den Soldaten diskutiert haben. Das ist das, was mich eigentlich immer wieder beeindruckt hat. Es war ja zu der Zeit eine Stimmung, dass immer wieder die Frage gestellt wurde, wann wird endlich zugemacht? Sollen wir denn nicht doch den großen Alarm auslösen? Nein, wir machen nur B1. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also, Warniak, dann folgende Meldung. Rundspruch an alle. Erstens, ab sofort, Alarmstufe B1. Durch diese Entscheidung blieb es den Alliierten erspart, noch in dieser Nacht an den Sektorengrenzen einzugreifen. Rundspruch an alle. 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 Was schaffst du den anderen da oben? Was willst du denn da hinten noch? Das reicht doch vielleicht schon, oder? Propos, versperren, leuchtend an, mit Stachelrad. Vor allem. Ich habe den anderen inzwischen verständigt, den Spangenberg. Der versucht den Bahn zu erreichen. Ist der noch in Nürnberg? Nein, der ist im Zug unterwegs nach Kiel, das doch morgen, ach nee, heute, diese Riesenbahnveranstaltung. In Hannover wird der regierende Bürgermeister aus dem Zug geholt. Von dort fliegt er mit der ersten Maschine nach Berlin. Gegen 8 Uhr trifft er hier ein und macht sofort einen Informationsbesuch an der Sektorengrenze. Sein erster Eindruck? Schrecklich deprimierend. Die Vorkehrungen selbst, die da getroffen wurden, die Bautrupps, Sicherheitskräfte und die Verzweiflung bei den Westberlinern, die nun nicht wussten, was werden würde. Und da gab es ja sogar die Befürchtung, dass dies etwas sein könnte, was Westberlin mit betreffen würde. Nicht ganz logisch. Aber in solchen Situationen herrschten den Köpfen der Menschen nicht nur die Logik, sodass es eine eigene Aufgabe wurde, neben der Frage an die Alliierten, lasst ihr das eigentlich zu, was entgegen dem Vier-Mächte-Abkommen da passiert, gleichzeitig, den eigenen Leuten, den Menschen in Westberlin, ein Vertrauen einzuflößen, dass sie keine Sorge zu haben bräuchten, keine Furcht haben müssten, dass nun Westberlin auch vereinnahmt werden würde. Das war es ja gerade nicht, sondern es war das Abschotten Westberlins vom anderen Teil der Stadt und von der umliegenden DDR. Berlin am Morgen des 13. August. Die Repräsentanten der Westalliierten versuchen ab verschiedener Weise mit ihren Regierungen Kontakt aufzunehmen. Die Antwort aus Paris. Der General ist auf seinem Land Sitz in Colombele-de-Siglis und wird am Montag zurückerwartet. Die Antwort aus London. Der Premierminister weilt zur Mohun-Jagd in Schottland. Die Antwort aus Washington. Der Präsident ist zum Segeln übers Wochenende nach Hyannisport gefahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Präsident ist vom